Ari sagt guten Morgen, heute am 4. September 2018, es ist 11 Uhr, wir haben 28 Grad, keinen Wind, keine Wellen, keine Wolken, ja, schöner kann ein Tag nicht beginnen, hier der Blick über die Dächer von Maspalomas, hier ein Haufen, den jetzt hervorragend. Das war's für mich. So, und mit diesen Bildern verabschieden wir uns dann wieder. Bis morgen, aster manana.